Der Führungstreffer in dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erst mal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Den Ball hat er noch gerührt, aber gereicht hat es nicht. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Super Tor, in den Vorwärtsbewegung dann rein. Ganz energisch. Schön gemacht, jetzt die Flanke. Gar kein Zweifel, 11 Meter. Es gibt Schlaßdorf und die gelbe Karte. Ja, macht das vor, gute Elber. Da geht er vorbei mit dem Trick. Jetzt nimmt er es alleine mit allen auf. Genau, hinschauen wir jetzt. Super Tor, in den Vorwärtsbewegung dann rein. Jetzt vielleicht. Der Ball ist hin. Und dann macht er gleich sein Joker Tor. Klasse, wie er sofort da ist. Jetzt vielleicht. Der Ball ist hin. Der Ball ist hin. Der Ball ist hin. Der Ball ist hin. Komm, komm. Der Ball ist Herteif. Alles weet. Es geht nicht.